Jans und herzlich willkommen zurück zu Angerfoot, Level 6, weiter geht's, Kriechkeller, Amoklauf, werden wir nicht schaffen, schliessen Level mit folgenden Schuhen ab, aufgeblasen, haben wir meines Erachtens, glaube ich, nicht, doch, alle Köpfe sind riesig, mal schauen. Let's go, kommen wir wenigstens zwei Punkte, zwei Sterne, in einer Minute das Ganze abzuschliessen, machen wir nix. Sollen wir jetzt Katzen? Oh shit, ich habe vergessen, wir dürfen schliessen. Okay, 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 ich habe vergessen. Fuck, fuck, fahrt. Oh shit. Andere Anbuss, bitte, danke. Steck fest. Okay, die haben wir, schöne. Festgenagelt. Würde man Fachjargo sagen? Oh Gott, wo ist das? Das gleiche, was da rausspringt. Okay, das sind keine Katzen. Das ist ein bisschen, ähm... Bisschen so aus wie... Naja, ihr wisst, was ich meine. So, Leute mit gewissen Vorzügen und, äh... Leute nicht Vorzügen. Äh... Fetischen. Mieses Vieh, du. Ich habe keine Waffe mehr. Irgendjemand. Guck mir, Schofen, geht auf. Und das wird noch jemand ruhig gefallen. Oh shit. Immer, dass ich gewusst hätte. Kommen gleich wieder diese Dinge. Diese... Katzen. Geh mal kurz wieder mal. Bisschen drogen. Okay, das ist so hart. Oh Gott. Fuck. Sieh mal gar nichts mehr. Ich habe keine Ahnung, was ich abschlage. Sieh mal mit dem. Ich glaube es. Holy shit. Das ist einfach so. Voll in die Fresse. Oh. Okay. Das war jetzt gerade mit dem. Riesen drogen Schlitz. Oh no. Oh hell no. Hell no. Hell no. Alter, das ist so ekelhaft. Wieder an der... Decke rumkrabbeln. Und was ist das? Was ist das? Alter, der hat hier reingebaut. Der hat sie an der Leine. Wir gehen hier... Ziemlich in... düsteren Richtung. Aller... Ja, Dominas und sechs Sklaven, wie es aussieht. Oh hell no. Das reicht, Junge. Das ist... Das ist... Aber das ist geil gemacht. What the fuck? Okay. Hat er mich jetzt ausgeheilscht? Und wieso bin ich jetzt da gestorben? Okay. 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 Okay, gleich wieder Jump-Scape. Diesmal nicht. Nicht mit mir. Come on. Nah. Okay, da waren wir. Diesmal nicht unbedingt unsere oben treten. Das sieht halt auch ganz anders aus. Okay, ich habe nichts über... Für was gibt es in dem Raum? Das ist so sch... Nein, da hilft ja noch jemand! Ich hoffe, ich bin jetzt alle dead. So aus. Drei Fallenstreich! Boah, was? Die Armbrust ist der Wahnsinn! Ich liebe die Armbrust! Ich liebe die Armbrust! Ich habe einander schon wieder... Schon wieder. Kurz schauen. Ich brauche nicht mehr viel... Pumpkicks, verwandelt alle Waffen in Schrotflinten... Hört sich auch gut an. Level 7, die Feuergrube. Pazifist, never zünde 40 Schläger an. Okay. Könnten wir vielleicht schaffen, je nachdem. Alle Warten sind jetzt Schrotflinken. Mal schauen, ob das gut ist. Oh. What the hell are you? I see. Flammenweb. Ach so, das ist eine... Das ist auch eine Schrotflinte. Ich zündiere alles an. Äh. Ist das gut? Weiß nicht. Alter. Das ist ja die Hölle. Nicht eine Feuergrube. Die Hölle ist es. Oh Gott. Das bleibt alles. Das lebt noch hier jemand. Das ist schlimm. Ach so, das ist gut, aber das ist schlimm. Irgendwie, irgendwie nice. Ich bin, glaube ich, manchmal ein bisschen Blut im Stick. Non-Smoking-Lounge. Das ist natürlich... ...eigentlich... ...do. Oh Gott, da kommt die Ringe rein! Stirb, Junge, stirb! Könntest du bitte sterben? Ist die Waffe eigentlich unendlich, irgendwie? Okay, wir müssen echt aufpassen auf, äh... ...auf das Feuer. Alter, alles ist verkölpelt. Ich zöne hier alles an. Irgendwas übersehen? In der Tür, oder? Nope. Okay. Doch. Ey, das ist so mies. Solche Sachen sieht man einfach fast gar nicht. Hä? Hello? Hä? Oh, die andere Waffe habe ich jetzt weggeschmissen. Oh Gott, ist das mies! Geht es da irgendwo hin? Nee. Hey! Wie findet man die nochmal raus, nachher? Okay, in der Sanderreise geht es da nicht lang. Auch spannend, dass hier... ...50 von 60... ...was haben wir alle? Dass hier Leute versteckt sind. Aufpassen. Mit dem Boden. Okay. Hihihi. Das ist doch doof. Okay, jetzt sind wir in den Kreis gelaufen. Gut. Hä? Müssen wir da runterspringen? Da, wo es so weit runter geht. Nope. Müssen wir nicht. Gut. Aber irgendwas hat gefehlt. Autsch, 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 Autsch. Sterbt, meine Lieben, sterbt. Get in die Hölle. Get in die Hölle. Ups, Autsch, 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 Autsch. Sauche, eins, zwei, drei. Oh, schön. Echt jemand noch hier? Ne? Ne? Mimant. 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 Musst uns, glaube ich, ein bisschen gründlich hier rumschauen, irgendwie. Da haben wir ja irgendwas vorhin... Das ist ein Wacken-Schalter. Boah! Das ist schön. Alter, ich stehe gleich selber! Sorry. Da bin ich wieder. Das Game ist einfach zu doof, manchmal. Jetzt ist die Tür offen. Okay, diesmal gehen wir links. Das sieht dann einfach manchmal den Boden gar nicht. Wegen den ganzen Türzeilen. Die Tür ist auch offen. Interessant. Interessant. Okay, das hat die. Das es geht. Ich meine, diesmal wollen wir ja schliesslich wieder alle erwischen. Äh, wo war die Tür? Hier. Hä? Wo geht's hier hin? Ich verstehe jetzt, Mann. Ich mag nicht. Okay, das ist die Tür. Okay, I see. Oh shit, ich bin ein Tiddy! Oh fuck, okay. Das fühlt sich manchmal doch ein bisschen doof. Das fühlt sich doch ein bisschen doof. Ich glaube, ich bin ein Tiddy. Was? Alles gut? Nein, es gibt nichts zu sagen. Alles läuft perfekt. Wie es sollte. Möglicherweise. So. Gut, also da kommt eigentlich niemand mehr durch. Könnt ihr bitte mit den scheiß Harpooner abhören? Fuck. Feuer ist so feurig. So, die Harpooner mal wieder. Nimm. Es wird zwar gut und zu hoher, aber... Ja, ihr wisst schon. Okay. Spannend. Okay, hier könnten wir zwar eher das Feuerwehr gebrauchen, weil hier kommen nachher so viele runter. Und dann kann man einfach alles in den Brand stecken. Ja. Wie die FPS rumgehen, wenn es brennt. Schlimm. Sorry, sorry. Darf ich kurz? Danke, danke. Jetzt muss ich hier schon wieder durch. Fuck hell. Das ist ein bisschen doof. Das war geil gemacht, bloß die ganze kleine Joke mitten drin. Aber doch, wenn man es öfter machen muss, sind sie nicht. Bescheuert. Da ist die Tür. Da geht es runter. Okay. Okay... I'm on triple shot. Okay, okay, I see. Kurz raus, kurz raus. Weg da, weg da, weg da. Was jemand hier wieder haben möchte. Da oben brennt sein Prima noch. Hehe, tschüss. Okay, dann haben die... Ich kann wirklich nicht in den Mood... ...fällig crazy da durchgehen. Muss noch ein bisschen strategisch... ...durchlaufen. Hm. Kurz warten. Dass das vorher raus ist. Okay. Ich geh mal kurz in die andere Haffe da an, okay. Mal kurz hier schauen, was hier so ist. Nichts, okay. Okay, die ist dead. Ist die Tür okay. Zu wissen. Dann haben wir hier alles. Wahrscheinlich... Ja. War das Ende wieder ganz nah. Wie fast immer. Auch ein cooles Bild. Die Feuerdrube abgeschlossen. 55. Nice. Zünder 40 Schläger. Naja, nicht geschafft. Schade. Ab ohne einen Gegen zu töten. Hehe. Genau. Pass ob. Ich würde sagen, das war's schon wieder für diese Folge. Von Langerfurt. Vielen Dank für Zusch... Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.